Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute klären wir die Frage, ob ich mir das neue App, also das neue Accessoire verkaufen werde. Ich wollte erst der Weiterung des Pack sagen, aber so groß ist das Pack nicht. Denn wir gucken uns einfach mal hier an, was eigentlich hier drin steht. Denn das Pack kommt ja schon am 26. Januar raus. Das ist in drei Tagen. Ist es Dienstag sein? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ja. Und ja, wir gucken mal, ob mir das gefallen wird. Also ich finde halt die Haare hier zum Beispiel von den Girls, finde ich schon ziemlich cool. Und auch die Kleidung, die ihr ein bisschen gesehen habt. Wir werden nochmal hier in den Trailer reingucken, was ich da so sehe. Weil ich habe es mir noch nicht so genau geguckt. Ich habe nur Reactions dazu gesehen. Das wird jetzt kein Reaction-Video oder so. Aber ich möchte halt einfach mal meine Meinung sagen, ob ich mir das kaufen würde und warum. Betriffscharige Mitbewohner. Der neue Zuhause wird vielleicht schon von anderem bewohnt, wenn es auf einem neuen Spukhaus-Grundstück steht. Besänftige die Schemmischen Geister, damit wieder Ruhe einkehrt oder lasse sie Tag und Nacht Chaos anrichten. Das finde ich sehr interessant. Das ist halt nichts, was ich jetzt unbedingt in meinem Daily Gameplay nutzen würde. Aber ich glaube schon, dass man in bestimmten Storys das ganz gut einbauen könnte. Oder vielleicht auch in ein paar Challenges oder sowas. Je nachdem, wie das dann halt genau gemacht wird. Also umgesetzt wird. Ich weiß, dass jetzt schon ein paar Sachen geüploadet wurden. Zum Beispiel halt Lee Simsey und James Turner und so. Die haben halt schon so Overviews gemacht zu ein paar Sachen. Ähm, ja. Aber ich habe mir noch nichts angesehen. Ähm, das wird natürlich auch wahrscheinlich viel zu meiner Entscheidung beitragen. Aber ja, mal schauen. Also Baumhilder, finde ich krass. Also finde ich schön, dass sie dabei ist wieder. Und ich weiß, to be honest, nicht so genau, was eine Seance ist. Ich weiß auch nicht, ob man das auch ausspricht. Aber ja, also, aber es klingt sehr interessant. Also es wird wahrscheinlich mit dem einhergehen. I guess. Sämtliche Geister beherrsche die Mediumfähigkeit. Finde ich richtig cool. Und beeindrücke G-Tree, um eine Lizenz für paranormale Ermittlungen zu erhalten. Man schließt ein paar Freelance-Aufträge an, um unwillkommene Besucher für andere Sims zu vertreiben. Es ist die Aufgabe, an den Sims den Kurs liegen treiben, ein Ende zu setzen. Eine neue Karriere, die halt auch mal wieder so ein bisschen Kick reinbringt. Ähm, voraussichtlich ist halt schon auch cool. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, wie die das genau umsetzen werden. Und ja, ne, sonst mal gucken. Hier kann ich das... Ich habe nämlich erst geguckt, ob ich auf der Origin-Seite gucken konnte. Aber da hat man leider noch nichts gesehen. Gucken wir jetzt mal hier rein. Ich möchte bitte... Kann ich den Sound ausstellen? Fragezeichen? Warte, ich gehe einfach auf YouTube selber. So, dann machen wir den Sound aus. Und dann gucken wir mal. Also sie erschreckt sich halt so, das ist halt schon ganz nett. Dann, ich hoffe, dass das mit diesen flackernden Lichtern, dass das halt wirklich ins Spiel reinkommt. Weil das wäre so unfassbar cool, Leute, ne? Ehrlich, also ich wäre sowas von dabei. Ich finde halt die Einrichtungsgegenstände halt auch ziemlich cool. Ich finde, der Name ist schrecklich, ne? Im Englischen heißt es ja einfach paranormal. Schlicht und schön, finde ich. Also cool. Und wir in Deutschland so paranormale Phänomene. Wir Deutschen haben einfach oft einfach wirklich keine schönen Namen. Nachhaltig leben klingt auch echt nicht gut. Das war einfach wieder ein totaler Griff ins Klo. Diesmal. Und ja, finde ich schade, wenn ich ehrlich bin. Ja, also hier sieht man ja ein paar Einrichtungsgegenstände und so. Finde ich richtig cool. Also diese Pflanze trefft mich, wie ich sie einfach fast nur noch benutzen werde. Weil, also wenn ich das kaufen sollte. Also ich kann ja sagen, ich werde es sehr wahrscheinlich kaufen. Weil bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich entscheide natürlich letztendlich dann doch halt erst, wenn ich diese Overviews angeguckt habe. Aber diese Sachen, dafür würde es sich schon für mich lohnen. Bisschen? Weil oft ist es halt wirklich so, wenn allein der Baumodus cool aussieht. Oder allein der Creative Sim oder was auch immer. Dann bin ich schon meistens dabei. Deswegen war zum Beispiel eines meiner ersten Packs Waschtag-Accessoires. Weil ich das, die Items, die in dem Pack enthalten waren, einfach am coolsten fand. Mit und ja, mir halt einfach fast alles gefallen hat. Neue Grundstücksart. Also ich bin halt sehr gespannt, wie das halt sein wird. Ich finde diese Geister richtig süß. Also ehrlich, da freue ich mich schon drauf. Ich weiß noch nicht genau, was dieser Ghidri oder was auch immer, wie das sein wird und so. Ist Seance dieses Wahrsager-Ding? Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich, ähm... Könnte sein, oder? Keine Ahnung. Wir werden das dann bestimmt noch irgendwie sehen. I don't know. Ähm, vielleicht erfahren wir ja nochmal was. Jetzt müsste der Livestream nicht noch kommen. Vielleicht erfahren wir dann ja noch einiges. I don't know. Neue Karriere, darüber haben wir ja schon gelesen. Paranormale Ermittler. Finde ich cool. Also not gonna lie. Bin ich auf jeden Fall dabei. Und, ähm, ja. Also bisher richtig cool. Also dieser Kamin ist auch richtig hübsch, ne? Also hier die ganzen Sachen, die hier schon so durchlaufen. Also ich bin echt dabei. Und hier für Kinder ist halt auf jeden Fall was dabei. Finde ich richtig cool. Richtig süß. Dann, also das hier ist in Ordnung. Das ist eigentlich ganz cool. Also die Hose gefällt mir richtig gut. Ja, das ist auch in Ordnung. Das ist jetzt nicht so meins. Aber das hier finde ich richtig, richtig cool. Deswegen, ja, ne? Also auch die, die Sachen, die so durchgedingst werden, sind halt schon richtig cool. Und hier auch so diese übersinnlichen Sachen. Es ist natürlich nicht mein Daily Gameplay. Aber ich persönlich, ähm, finde es trotzdem ziemlich cool. Ich denke schon, dass man das einbauen könnte. Ja, 26. Januar. In drei Tagen. Ja, also bisher bin ich der Meinung, ich werde es mir kaufen. Aber wie gesagt, ich, ähm, gucke mir halt dann auch die ganzen Reviews an und so. Und dann entscheide ich. Aber bisher sieht es dann auch aus, dass ich es mir kaufen werde. Bisher ist das einzige Pack, wo ich gesagt habe, ich werde mir das niemals kaufen, ist, ähm, Journey to Batuu. Also Reise nach Batuu. Hier ist Star Wars und so. Es ist halt wirklich nicht meins und es ist wirklich kein gutes Pack, ne? Also es gibt zwar so ein paar Bildmodus-Sachen, die ich cool finde, aber ich würde keine 20 Euro dafür ausgeben. Und auch wenn es auf, äh, 50% reduziert ist, auch 10 Euro sind mir zu viel dafür. Ähm, wenn das irgendwann noch deutlich günstiger irgendwo zu erwerben ist, also so 5 Euro oder so, dann würde ich es mir vielleicht schon noch holen. Aber ansonsten, also nee, also mehr würde ich dafür nicht ausgeben. Also wirklich nicht. Deswegen mal schauen. Wenn es irgendwann mal günstiger sein sollte, dann würde ich mir das holen. Aber, ja. Das hier würde ich mir wahrscheinlich schon für die 10 Euro kaufen, weil es ist tatsächlich ziemlich viel dabei für ein Accessoire-Pack. Da müssen wir auf jeden Fall die Entwickler loben, dass sie da auf jeden Fall viel reingesteckt haben. Ich meine, das ist ja auch, ähm, die zweithöchste Dings von dem letzten Community-Umfragen-Dings gewesen. Also der zweite Platz. Und da muss man ja schon sagen, es haben ja sich auch viele Leute dafür interessiert. Und ich fand es auch ganz cool. Ähm, ich hab, ich glaube, ich habe mich für was anderes entschieden. Ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Auswahl war. Aber, aber kann sein, dass ich sogar das mit diesem Vegan und so, dass ich das genommen hatte. Weil ich das schon irgendwie cool fand. Hätte ich mich drüber gefreut. Vielleicht, ähm, kriegen wir noch irgendwann einen Vegan-Trade. I don't know. Wir werden sehen. Weil, ich meine, das kann man ja auch einfach mal so irgendwo dazwischen quetschen in irgendeinem Pack. Dass man halt das einfach dazu bekommt. Auch wenn es vielleicht nicht das Hauptthema ist. Ähm, ja. Und sonst. Mich würde interessieren, was ihr bisher von dem Pack haltet. Ich, ähm, freue mich bisher auf jeden Fall drauf. Und, ja, wenn ich mir die ganzen Sachen angeguckt habe, ich glaube nicht, dass mich das jetzt so krass umstimmen würde. Dass ich mir das dann doch nicht kaufe. Ihr werdet das ja dann in meinen Videos sehen, ob ich, ähm, ob meine, meine Collection, ob die jetzt, äh, größer geworden ist oder nicht. Aber ich denke schon, dass ich es mir holen werde. Genau. Und, ähm, ich könnte mir natürlich sagen, ob ihr euch das auch holen werdet. Ja, also, ich freue mich. Schon. Auf jeden Fall auf die ganzen, ähm, Creative Sim und Baum oder Sachen. Gameplay weiß ich noch nicht, ob ich das auch großartig nutzen werde. Aber, ja. Wir werden sehen. Mal gut, mach doch drauf. Wie viel. Und in dem Sinne sage ich, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.